Na du? Das Monster-Tierchen? Sag mal, Schatz, wie warst du heute Nacht am Kühlschrank? Wie hast du denn da sie schafft? Hast du die Nacht durchgearbeitet? So viele Monster-Kaffees. Ist ja unglaublich. Du warst bestimmt heute Nacht am Kühlschrank, ne? Ja, ja. So, pass auf, jetzt kommt hier erstmal Kuschibär. Da ist Kuschibär. Okay. Und nachher kommen Mama und Papa wieder. Okay? Machen wir so? Ja. Braves Kind bist du. Achso, 1, 1, 1. Merkt ihr das mal, ne?